Nagarjuna-Sana ist die Stellung des Nagarjuna. Nagarjuna war einer der größten buddhistischen Meister. Er war der Befürworter des Madhyamaka-Weges, des sogenannten mittleren Weges. Nagarjuna wird oft als der größte buddhistische Philosoph bezeichnet. Nagarjuna gehört bis heute vermutlich zum halben Dutzend Bedeutsamste indischen Philosophen und auch viele der hinduistischen Philosophen haben sich mit Nagarjuna beschäftigt. Nagarjuna war so bedeutend, dass er auch zum Beispiel in Tibet und in anderen Ländern bis heute stark verehrt wird. Und Hatha-Yoga ist ja nicht nur im Hinduismus praktiziert worden, sondern auch im Buddhismus, Jainismus, Sikhismus, sogar in China, im Taoismus und letztlich hat Hatha-Yoga auch in den östlichen Kampfsportarten eine wichtige Rolle gespielt, beziehungsweise hat er vieles beeinflusst und natürlich gab es auch gegenseitiges beeinflussen. So, nach dieser langen Einführung, was ist überhaupt Nagarjuna-Sana? Es wird wie folgt beschrieben. Gib die Fußsohlen zusammen und gib die Fersen so nah wie möglich zu dir hin und senke dabei die Knie. Dann kreuze deine Arme und gib die Hände an die Schienbeine von vorne. Haltet aber den Brustkorb nach vorne gewölbt und den Rücken aufgerichtet. Das ist Nagarjuna-Sana in der einfachen Variation. Eine etwas schwierigere Variation ist, wo du von hier das Becken hebst und den Anus auf die Fersen setzt. Das ist etwas schwieriger und trotzdem gibst du die Knie auf den Boden und die Hände auf die Schienbeine. Jetzt weder Annika noch ich können das richtig machen, aber wir haben andere Videos, wo du siehst, wie es aussieht, wenn die Fersen unter dem Anus sind. Nagarjuna-Sana ist eine Übung, die dir hilft, dich nach vorne hin zu verschließen, in die Meditation zu gehen und die Energie durch die Wirbelsäule nach oben zu bringen. Gerade wenn du philosophisch dich beschäftigen willst, ist es manchmal gut, dich zu lösen von Emotionen und von Öffnung nach vorne mindestens für die Zeit des philosophischen Nachdenkens.